Beste deutsche Smash-Account. Weltmeister. Mein Weltmeister im Boxen. Warte, Mann, ein Bier. Ich muss jetzt mal suchen. Der ist ein bisschen weiter unten. Zweimal Peach. Ich glaube, das ist ein Quick 3-0 für Bayern. Ganz ehrlich. Ja, Mann. 3-0 für Bayern. Ist so, ist einfach so. Results reporten. Ja. Verloren? War aber ganz schön lange. Ach, stimmt. Du hast gekämpft. Das ist doch schön. Das machst du, du warst, oder? Nein, jetzt haben wir's kommt. Ja, Chinesisch. Oh, oh, die Kombos. Du spielst, warte mal. Das Geile jetzt gerade... So ein witziger Team. Leg den Bass auf. Das ist das Team von Hero... Let's go! Rockstar. Oder was auch immer. Nicht so gar... Also kann sich gern jemanden nehmen. Ja. Wenn jemand ein Monster will, kann er das leben. Ja, ist wirklich Out and Ball. Direkt. Auch vor allem, weil sie so langsame Charaktere haben. Oh, oh, oh! Oh! Molbaum gegen Basso. Spiel mal da vorne. Get fucked! Gut, dass die Team sind doch Basso und Sandwise. Ja, Mann, der Kirby ist sick. Aber kurz vor Nacht. Was ist das eigentlich bei Food in El los? Food! Food! Food... Food... Food Grindy. Food Grindy. Food Grindy haben wir auch schon gesagt. Der Kirby ist sick. Der Kirby ist gerade wirklich krank. Der ist verhindert. Aber sie... Es werden... Es werden... Es verhindert. Aber sie werden dann auch... Sie... Oh! 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 Oh... Oh! Damn! Awesome! Let's go here up! Das matchup! Die hat wirklich nur Ofes den Stock klauen glaube ich. Sie hassen sich in Wirklichkeit. Wir haben gesagt, wir sind Brüder, mehr muss man gar nicht erreichen. Spring runter, lass ihn runterspringen, gönn ihn das. Oh nein, der hat den Turnaround nicht gekriegt. Oh, der Kellner, das war's. Achso, der trifft nicht. Bayern wichst gegen Lot hier, wichst. Kirby, last win, stay. Kannst du haben. Guck mal, ich hab dich in meinem Fantasy drin, ne? Wenn du am Amateurbracket nicht gewinnst, dann fack ich dich. Es gibt eine Fantasy? Sorry, das ist schon gemacht. Der Draft ist schon gemacht. Ich gewinn das eh, guck dir mal meine Boys an. Ich hab so'n starkes Gewinn. Oh, damn. Wer hat Zillit? Ich hab Zillit. Ich hab Autowin bei Amateur, ich hab die beiden Topsees. Naja. 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 Ja, okay. Wahrscheinlich. Ein Wux-Wun hat schon von Alex gewinnst, ne? Ein Zillit von Office. Ich glaub, wenn sie die falschen Gegner treffen, dann ist es vorbei. Ja. Ich fragte was? Wenn sie die falschen Gegner treffen, dann ist es vorbei. Wux und Office? Ja. Ja. Hey ihr braucht Jigs. Jetzt spielt mal Jigglypuff, ihr Fotzen. Junger Link. Link Enfante. Oh! Link Enfort! Riecht mir das so aus? Mais oui! Ja, ich glaub... Junger Link! Es ist Enfort. Ja, Enfort. 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 Genau. Zillit verliert gegen Tafsi und Puckst gegen Ove. So ist richtig Storm Red. Oh! Oh, die Kombos! Das ist eben... Wohne du du! Wohne du du! Oh mein Gott! Das ist ja der Keiner! Scheiße! Ich geh auf die Ruhe. Kannst du auf der Ruhe. Ich kann dich. Kannst du auf der Ruhe. Oder hier. Ich bin nur dein Time-Out versetzt. Du bist in... Verlier mal bitte, okay? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du bist in Lukas Fantasy drin. Ich denke, das ist eigentlich nur Fortspring. Vielleicht, ja. Du könntest theoretisch bis Winners eingestritten doch nicht, Alter. Luca hat drei Energydrinks getrunken. Ich trinke auch kein Energydrink, nur Wasser, Mann. Ich bin der Turmose. Aber Alex verliert gegen Kevin. Ich weiß, du bist ein Turmose. Ja. Und... Wenn er das gewinnt... Das wär's, Alter. Also so einfach wie du wusste nicht mehr, was das ist. Ja, was die Jugend schon heute ist. Also ich zwölf Jahre... Oh, was? Das ist ja komisch. Alter, das ist ja sogar richtig Ivan gerade. Ja, 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 ja. Also er hat Ivan, da kommt direkt Bayern und klatscht ihn auf den Kopf. Giro, musst du ein paar Abwärts kriegen. Dann gibt's das nicht. Oh! Berlin bleibt delusional. Halt die Fresse, kommst du. Was? Digga, Berlin ist noch nicht wo? Berlin ist noch nicht wo, Bayern? Berlin ist uns zickste... Oh, let's go! Ja, ja, delusional. Du bist auch ein Bayer auf Nummer 1 in Berlin. Guck, du hast das Fixie! Was? Franke. Ja, aber welche Stadt? Was ist das in der Nähe von München? Ich pass mal auf, ne? Arthur! Ich werde... Arthur, ich werde jedes Argument nutzen, als ich kann, um am Ende einen Neuköllner, einen rechtmäßigen Neuköllner auf den Thron zu kriegen, ne? Buchsmehr Downs, du hast das! Ja, Mann! Aber... Kahn könnte in Österreich sein. Aber Kahn ist kein Neuköllner. Doch. Kahn ist nicht gerade. Nee, nee, er ist jetzt nicht gerade, aber eigentlich ist er nicht gerade. Echt? Ursprünglicher? Er kommt ursprünglich vom Hermann. Ich bin OG... Richtig ja Original Gangster. Ich bin auch Original Gangster. Ich bin auch ne Kölner. Echt? Ja. Echt? Gottmund. Neukölln? Oh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gottmode! Gottmode! Booksmarm denkt echt den Gottmode an. XT, XT, XT... XT, dach dach. Servus, servus Stormred. xd 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 2 Loading Ich verstehe nicht warum wir nicht einfach fucking Jigs spielen Das wäre so 3 2.0 gewonnen 2.0 gewonnen 2.0 gewonnen Also wenn er hier fertig ist Aber wahrscheinlich spielt er ja Ja Versuch Servus Karlo Servus Entscheidung brempt Das heißt Hallo Servus heißt Hallo Was? Wirklich? Ja ja ich wollte es nochmal kurz ne Ich wollte es nochmal kurz sagen Okay der muss eh noch mal Das ist eigentlich englisch Das ist englisch gell Ihr müsst ein bisschen warten Gegen die Später kommt weiter Sobald Duffins vorbei ist Also doch Weil Deutschland immer noch gesetzt ist meinst du Deshalb servus Ja genau Du hast keine Zeit Ja oder Ratschänder Ja Die kontrollieren ja immer noch alle Theoretisch wenn damals vorbei ist Vielleicht kann ich ein bisschen früher starten Ich kann erste Runde starten wenn wir so Losers sehen oder Losers heimisch starten Ja ja das meine ich ja Aber so Hast du eigentlich schon mal ein Match kommentiert? Oder ist der noch nicht? Ich fück nicht Ich fück nicht Hast du gesagt zu kommentieren Mir rief mal neue Weltordnung in den Lukenkamern Das ist wirklich Ich fück nicht Ich fück nicht Wir sind in der Früh in der Pause Es war vorhin auch Wir sind in der Pause Ähm Ich fück nicht mehr Ich fück nicht mehr Jaaaa Und das ist ja auch komplett legitim Wir haben uns am Samstag Nachmittag beschäftigt. Das machen wir uns am Samstag. Fünf! Hey du bist doch noch weiter! Ne! Dann denk nach! Ihr besiegt alle! Hier sieht man mal wieder wie weich Berlin im Endeffekt dann doch ist. Berlin bleibt weich! Berlin bleibt weich! Da kommen zwei zarte Damen. Konzentrieren! Was sind die drei coolsten deutsche Spieler? Weil er erst so gut wie du ist. Ist er gleich gut? Wenn du dich durchsetzt dann probst du. Auf jeden Fall! Wie immer kein Panisch-Gamer gewinne. K-Jab? Machs Harif nach Edstarten. Das reicht schon. Ist es vorbei? Das ist ne gute Frage.